Musik Manchmal schweigen und nicht reden über Personen von Ahl al-Bid'a. Das heißt nicht, dass wir sie bestätigen oder dass wir nicht warnen vor dem Bid'a an sich selbst, vor dem Thema an sich selbst. Bitte Person und Thema hier verstehen. Und wie ich schon gesagt habe, wenn wir hier schweigen, dann werden sie sich sozusagen als bestätigt fühlen. Und die werden weiter und weiter machen. Und manche sagen, ja wir sind Muslime und wir müssen zusammenhalten und ach mach deine Augen zu und die Muslime und wir möchten, dass sie ins Paradies kommen. Ja richtig, das ist schön, Wallah das ist richtig. Aber, wenn du schweigst, was passiert? Ich gebe euch ein Beispiel. Eine Person beschimpft die Sahaba. Eine Person beschimpft die Sahaba. Dann sagen wir, naja, wir sind Muslime und wir wollen keine Fitness zwischen Muslimen. Und schweigen wir. Heute beschimpft er, morgen fängt der an. Übermorgen der an. Übermorgen der an. Nach zwei, drei Monaten du kommst und du sagst, das geht nicht, dass man die Sahaba beschimpft. Sagen alle dir, schweig. Du hast keine Ahnung. Wer hat das gemacht? Du hast das mit deinen Händen gemacht. Weil du von Anfang an keine Prävention gemacht hast. Indem du den Leuten erklärst, man darf nicht die Gefährten von Mohammed, von unseren Propheten beschimpfen. Man muss sie lieben und man muss sie respektieren. Und wenn man den Namen von den Sahaba erwähnt, dann sagt man, Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. So ist das, die Haltung. Wenn sie dann beschimpfen und wir schweigen, natürlich, die werden sich bestätigt fühlen. Möge Allah uns bewahren. Aber mit einer Methode ist das. Wenn man auch vor Bid'a warnt, dann mit einer Methode. Dass die Leute das verstehen. Hadithu al-Nasa bima ya'rifun. Wenn du mit den Leuten redest, dann rede mit den Leuten in Themen, die sie kennen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man ihnen das erklärt. Diese Themen, die wir behandeln, die sind für die Leute komisch. Die meisten Leute, wisst ihr, was sie wollen? Die meisten Leute, was sie hören wollen? Ein Sahabi hat das und das gemacht und ein Mann kam zu dem anderen und die haben zusammen gegessen und dann kamen Geschichten. Geschichten. Muslime, wir sind alle Brüder und wir müssen uns lieben und Allah Akbar und sowas. Das ist so super. Aber wenn ich anfange und sage, das ist falsch, dass man so sitzt. Das ist falsch, dass man so macht. Man muss aufpassen. Wir müssen brüderlich sein. Aber wenn ein Bruder Fehler macht, dann müssen wir ihm sagen, das ist falsch und sowas. Sag, ach, ich mache nicht Probleme zwischen Muslimen. Am Ende bist du, wenn du die Wahrheit sagst, am Ende bist du derjenige, der Fitna macht. Obwohl du das nicht getan hast. Aber das wird immer so umgekippt. Fünftens, Barakallahu Fikum. Wenn man vor Ahl al-Bid'a warnt, dann sollte man die religiösen Schritten hier ausschöpfen. Erstmal, man muss erklären, was Bid'a bedeutet. Was Neuerung ist. Zweitens, dass diese Neuerung verboten ist. Drittens, warum diese Neuerung Neuerung ist. Viertens, warum man das nicht darf. Fünftens, diskutieren mit ihnen. Sechstens, Geduld zeigen. Siebten, wer macht das Urteil, dass diese Leute von Ahl al-Bid'a sind. Nicht jeder. Braucht man einen Gelehrten, der Ahnung hat und so weiter. Wenn man das hat, dann kannst du entweder, wenn du das mit der Hand ändern kannst, diese Bid'a macht das. Aber wir können alle nicht, weil wir kein Führer sind und kein Oberhübter sind. Zweitens, mit deiner Zunge. Wenn du nicht kannst, dann am Ende mit deinem Herzen. So ist das im Islam. Erstmal erklären, was Bid'a ist. Du erklärst, was Bid'a bedeutet. Zweitens, warum ist das Bid'a? Drittens. Ja, habt ihr? Warum ist das Bid'a? Drittens. Wie wird diese Person... Ich mache das zusammen, ja? Ich fasse das zusammen. Wie wird diese Person als Mubtadeh bezeichnet? Viertens, diejenigen, die ihm sagen, du bist Mubtadeh, die sind Gelehrte, die Ahnung haben und nicht jeder. Fünften, aufklären. Warum ist das Bid'a und so was, alles insgesamt. Dann kommt die Sache, sagst ihm, fürchte Allah, das geht nicht und so was. Wenn du kannst mit der Hand ändern, dann ändere. Zum Beispiel, dein Sohn und du bist zu Hause, der fängt an ein Bid'a zu machen, da kannst du das wegmachen. Weil das dein Sohn ist. Aber, wenn das auf der Straße ist und so was, du kannst nicht dafür. Dann kannst du reden. Wenn du auch nicht kannst, weil du verboten wirst zu reden, dann behältst du das im Herzen. Du kannst es nicht mehr tun. Und hier musst du etwas verstehen, Achhi Barakallafiq. Hier musst du etwas verstehen. Man sollte den Muslimen immer dazu rufen, man sollte alle Muslime dazu rufen, und zwar, wir kehren zu Koran und Sunna zurück, wenn wir verschiedene Meinungen oder verschiedene Sachen haben. Wenn wir verschiedene Meinungen haben und wenn wir verschiedene Ansichten haben, dann müssen wir zu Koran und Sunna zurückkehren. Und wie verstehen wir Koran und Sunna? Nach dem Weg von unserem Salaf, das wird die drei Generationen. Die Generation von Sahaba, Gefährten von Propheten, Gefährten von Gefährten, Gefährten von Gefährten. Jede Sache, komm, du sagst etwas, ich sage etwas, wo ist dein Beweis aus Koran und Sunna? Man bringt, wie haben unser Salaf das verstanden? So und so und so. Dann sehen wir, Beispiel, wir haben das aktuell, darf man die Kuffar zu ihren Festen gratulieren? Wenn man sagt ja, dann sagen wir, okay, gibt es Beweis dafür? Nein, die Beweise sind dagegen. Du darfst das nicht machen. Wir haben unser Salaf verstanden, wir wissen niemals, dass ein Gelehrter von den Gelehrten des Salafs, dass er die Leute zu ihren Festen gratuliert hat. Okay, dann, woher hast du das? Ja, wir sind in Deutschland und du weißt, wenn wir das nicht machen, dann denken sie, wir sind nicht gut, weil wir Terroristen sind. Wir kennen diese Klischee. Das ist eine Kassette oder eine CD, was man immer spielen lassen sollte. Wir kennen das. Das hat damit nichts zu tun, Religion ist Religion, deine Religion ist das. Wenn du hier deine Religion nicht praktizieren kannst, dann darfst du hier keine Minute bleiben. Ja, in diesem Land. Da darfst du keine Minute in diesem Zusammenhang bleiben. Das ist jetzt bezüglich Ahl al-Bida'a umumen. Das wird, wie unser Verhalten ist. Al-Mubarak Furi wurde danach gefragt. Der hat sieben Punkte erwähnt und ich erzähle diese sieben Punkte, Barakallahu Fikum. Die sind schöne Punkte eigentlich. Und dann reden wir, wie wir auch mit miteinander umgehen, wenn wir, wir haben das voriges Mal auch erklärt, Barakallahu Fikum, wenn wir verschiedene Meinungen haben, wie wir hier in diesem Zusammenhang umgehen. Und zwar, der sagt, in diesem Zusammenhang, Rahimahullah ist gestorben, er sagt, erstmal, diejenigen, die über solche Themen reden, die müssen wissend sein und die müssen viel Wissen haben. Zweitens, du musst genau bestimmen, in welchem Punkt gibt es verschiedene Ansichten. Genau. Warum? Das ist, warum haben wir, in welchem Punkt haben wir unterschiedliche Ansichten und warum? Drittens, du musst gerecht sein. Du musst gerecht sein. Das heißt, du darfst nicht, du darfst nicht unrecht handeln. Weil Allah sagt, ich wurde befohlen, dass ich zwischen euch gerecht bleibe. Und Allah hat befohlen, surat al-Araf, die Ayah 29. Allah hat befohlen, dass man gerecht bleibt. Auch mit deinen Feinden. auch mit den Leuten, die Bidabe gehen. Dann mit deinen Brüdern ist es wichtiger. Hier. Viertens, man sollte von seinem Bruder gut denken. Das heißt, wenn ein Bruder ein Wort sagt, dann versuchst du das so zu verstehen, dass das gut kommt und nicht schlecht. Fünftens, du musst deine Absicht, du musst eine Absicht haben, durch Diskussion oder durch Erwähnen eines Fehlers oder eines, einer, verschieden Ansichten, dass die Muslime zusammenkommen. Das heißt, wenn du das sagst, das ist falsch oder das ist richtig, dann muss deine Absicht sein, damit das nützlich für die Ummah ist. Nicht für deine Person. Damit die Leute mich sehen. Rumba. Möge Allah uns bewahren. Wenn auch deine Brüder andere Meinungen haben, dann bleibt, dann bleibt eine gewisse Beziehung im Islam und die sind deine Brüder, die bleiben deine Brüder. Das heißt, angenommen, ein Bruder hat eine andere Meinung zu bestimmten Themen, trotzdem, der bleibt. Siebte Barakallahuikum. Siebten. Wenn er, wenn dein Bruder Recht hat, dann hat er Recht. Und du darfst nicht, wenn er auch etwas Richtiges sagt, weil du Probleme mit ihm hast, du darfst nicht sagen, der ist falsch. Zum Beispiel, der hat Recht, dann hat er Recht. Weil Allah uns davon befohlen hat. Und wir sind nicht wie die Juden und die Christen. Wie die Juden, die haben gesagt, die die Juden haben gesagt, die Christen haben gar nichts. Und die Christen haben, die Juden haben gar nichts. Wir sind nicht so Muslime. Muslime, wir sind gerecht. Wir sind in diesem Zusammenhang Barakallahuficum gerecht und wir bleiben gerecht in diesem Fall. Ahlis Sunnah und Jemaah, liebe Brüder, Barakallahuficum, aufpassen. Ahlis Sunnah und Jemaah, die danken Allah subhanahu für die Gabe. Das sind jetzt schnelle Sachen. Bitte, ich erwähne das hintereinander, ohne Beweise und so weiter. Aber Ahlis Sunnah und Jemaah danken Allah für die Gabe des Imans und für die Gabe, dass sie auf dem Weg von Salaf sind. Ahlis Sunnah und Jemaah wissen, dass der Weg von Salaf der richtigste Weg ist. Und die lernen die Grundlagen davon. Ahlis Sunnah und Jemaah geben den anderen ihre Rechte und die werden niemals Unrecht tun in allen Bereichen. Ahlis Sunnah und Jemaah die kommen zusammen auf die Grundlagen. Das wird basierend auf die Grundlagen, die wir in Koran und Sunnah haben. Und wenn sie auch, wenn sie auch jemanden boykottieren oder mit jemandem nicht reden, das ist nur wegen Islam, nicht wegen persönlichen Ansichten. Ahlis Sunnah und Jemaah Barakallahu Fikum übertreiben nicht in solchen Themen. Übertreiben nicht. Das wird, wenn auch jemand Fehler macht, dann bleibt er bei seinem Fehler. Wir übertreiben nicht im Fehler. Sagen, das ist falsch und fertig, Punkt. Ahlis Sunnah und Jemaah wie ich schon gesagt habe, sind gerecht. Ahlis Sunnah und Jemaah sind verschieden. Wie verschieden? Die halten alle zusammen, aber die sind doch verschieden. Nicht alle Leute sind Gelehrten, nicht alle Leute sind Ärzte, nicht alle Leute sind Ingenieure, nicht alle Leute sind zum Beispiel Hadith Gelehrten und so weiter. Deshalb Ahlis Sunnah und Jemaah verstehen, jeden, der etwas für den Islam macht und der ist auf dem richtigen Weg, die kommen alle zusammen wegen Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlis Sunnah Al-Jemaah wenn ihre Brüder Fehler begehen, dann bedecken sie die Fehler von ihren Brüdern bis sie Nasihah gemacht haben und so weiter. Ahlis Sunnah und Jemaah wissen auch, wenn jemand sich bemüht, wenn jemand sich bemüht und dann macht er Fehler, dann dürfen wir sozusagen vor ihm nicht warnen, wenn er natürlich die Grundlagen hat, aber wenn er die Grundlagen nicht hat, dann ist das anders, Barakallahu Fikum. Ahlis Sunnah und Jemaah die sind brüderlich untereinander und die verwenden die Methoden von Ahlis Sunnah und Jemaah untereinander und mit den anderen Leuten und diese Methoden muss man lernen und das kommt nicht von heute auf morgen und ich weiß, dass dieses Thema ein bisschen schwer ist für unsere Brüder, aber das sind bestimmte Themen, damit du aufpasst und wie ich schon gesagt habe, nicht jeder, der sagt, Al-Albani sagt oder Ibn Husaymin sagt oder Ibn Baht sagt, dann ist er automatisch auf dem richtigen Weg. Nicht jeder, der sagt, Ibn Taymiyya sagt oder Imam Ahmad sagt, dann ist er automatisch auf dem richtigen Weg. Nicht jeder, der sagt, der Salaf Weg ist der richtige, ist er automatisch auf dem richtigen Weg. Und nicht jeder, der paar Wörter gelernt hat oder paar Hadithe kennt oder schöne Stimme hat oder zum Beispiel schöne Vorträge macht, ist er automatisch Talib-Illim und nicht jeder Barakallofikum kann über Themen im Islam reden. Man braucht dafür Wissen, man braucht Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten, man muss gut von seinen Brüdern denken und man muss versuchen, das Beste, damit man selber die Religion praktiziert und damit auch die Muslime die Religion richtig praktiziert. Angenommen, ein Bruder von uns macht Fehler. Wie sollen wir zu ihm sein? Erstmal müssen wir ihn aufklären, dass das falsch ist, was du machst. Wie? Man sitzt mit ihm, man sagt ihm, man redet mit ihm. Wenn er hartnäckig bleibt oder stur ist und er will das nicht, dann lassen wir ihn aus. Und wir reden nicht über seine Person. Aber wenn er anfängt zum Schlechten zu rufen, nachdem man auch, nachdem man auch ihm aufgeklärt hat, ihn aufgeklärt hat und er macht das weiter, dann kann man von ihm öffentlich auch reden, aber unter bestimmten Bedingungen, dass dies ein überwiegend gute Sache für die Muslime ist, zweitens damit man diesen schlechten, was er stiftet, verhindert. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man ihn lassen. Das heißt zum Beispiel in einer Stadt, in einer Stadt gibt es Muslime und es gibt ein oder zwei, drei Personen, die zum Islam rufen und die rufen zu Sunnah allgemein und so weiter. Und diese drei, die haben einen Fehler. Aber diese drei rufen zu Sunnah und es gibt 50, die rufen zu Bidda. Dann können wir nicht von diesen drei direkt warnen, weil wir so die Leute von Bidda stärken gegen unsere Brüder. Weil diese Leute näher zu uns sind als die anderen. Und das braucht Weisheit in diesem Zusammenhang. Nicht dass man auch sie poliert, nein. Aber man sollte namentlich oder von der Person an sich selbst nicht mehr warnen. Weil man das hat Tschechel Islam Nuthemir auch gesagt. Man hat Tschechel Islam Nuthemir sowas gefragt und er hat das gesagt. Als der Führer sagte ihm ich werde diese Leute töten weil sie dich töten wollen. Er hat ihm gesagt ja wer wird den Leuten den Koran beibringen? Kein der hat ihm gesagt nein lass sie obwohl die von Asha'ira waren. Die wollten Tschechel Islam töten. Trotzdem hat er ihnen verziehen und er wollte das nicht. Deshalb aufpassen in diesem Samhlam. Wenn wir eine Stadt keinen haben der den Islam beibringt und da gibt es Leute auch wenn sie Fehler begehen dann sollte man hier aufpassen. Nicht dass man das schlimmer macht. 10% Islam lernen ist besser als gar nicht. Dazu Barak Allah sind wir verpflichtet gut zu denken und zu wissen was man gemeint hat. Du sagst ein Wort dann muss man wissen was gemeint wird mit diesem Wort. Dazu Barak Allah Es gibt Regeln wie man diskutiert und wie man argumentiert. das Problem ist wenn jemand die Grundlagen von Ahl Sunnah nicht mehr hat dann kann man ihm nichts mehr sagen auch der ist von Ahl Sunnah Ein sehr wichtiger Punkt ist Zahirat Ta'alum Wisst ihr was Zahirat Ta'alum ist? Diese Erscheinung dass jeder denkt von sich selber dass er gelehrter geworden ist oder dass man denkt ja ich bin der Wissende der Einzig Wissende und alle anderen haben keine Ahnung und dann fängt an rechts und links zu schießen und fängt an rechts und links zu geben Keiner sagt ihm was dann ist er der Einzige und er denkt der wäre Alem und leider dass es in Deutschland fiel leider sage ich aber das ist die Wahrheit wir können das nicht anders es gibt diese Art du siehst ja eine Person der lernt 2 3 Monate 5 6 Monate und dann kommt er und fängt an Fertur zu geben und der denkt der wäre richtig du sagst im Internet und ich habe einen Unterricht gehört von einem großen Gelehrten das ist nicht genug wenn du auch hörst kennst du die Zusammenhänge richtig kennst du das wieder geben und erklären was die Grundlagen sind nein deshalb sollte man untereinander den Mund ein bisschen halten solange man lernt und besser praktiziert dann ist man erfolgreicher aber wenn man anfängt Fertur zu geben und Urteile zu geben dann wird man das alles verlieren weil das die Regel ist und da sollte man aufpassen nicht dass man nur damit zeigen will dass man Ahnung hat wenn man über die anderen spricht der jenige der sich zeigen will Allah wird ihn brechen das ist die Regel deshalb müssen wir unsere Religion lernen versuchen wir Allah zu fürchten und versuchen wir brüderlich zu sein aber nach den richtigen Grundlagen die wir bei Ahl Sunnah Jemaah Leute der Wahrheit haben und hier auch erkläre ich noch etwas was sehr wichtig ist dass du von Ahl Sunnah Jemaah bist das heißt nicht dass du unbedingt ins Paradies kommst und wenn jemand Bid'a begeht das heißt nicht unbedingt dass er in die Hölle kommt aufpassen dass du denkst dass du von Ahl Sunnah Jemaah bist das heißt nicht dass wir bestätigen und dass jemand du denkst jemand ist von Ahl Bid'a das heißt nicht dass das bestätigt wird es gibt da hier auch nochmal Grundlage das ist قضاء das ist richtig spruch wenn sagt das von Ahl Bid'a oder Ahl Sunnah und so weiter das mit Allah subhan von mien von dem Alhamdulillah Röb Alhamdulillah Salli Allahumma Al-Nabiyna Muhammad Waala Alihih Wa Aslam Taslim Taslim Kathira Subhanak Allahumma Bihamdik Ashad Allah Ilay Lent Estigfرك Wattub Ulyik